Du Käthe, ich hab heut Nacht auch was träumt und ich weiß sogar noch was. Was? Du weißt es noch, Jan, was? Du, Jan, träumt, ich sei gestorben. Neu! Doch! Im Ernst? Aber Schatz, du bist in den Himmel gekommen, oder? Nein, nein. Andere Richtung, unten, nach unten bin ich gekommen. War mir schon klar. Ja, dann bin ich da vorne da g'standen und hab' einmal klopft und dann hat er ihn aufgemacht, tatsächlich. Neu, echt? Im Ernst? Wer? Dann ist er vorne g'standen, der leibhaftige Teufel. Oh Gott, ist ja gruselig. Ich hab' gesagt, willkommen in der Hölle. Ich hab' gesagt, naja, du kannst es gut sagen. Jetzt geh'n wir auf die Seite, ich will rein da. Und? Hat er den rein gelaufen? Ah ne, der isch wittig geworden. Doch, der isch richtig wittig geworden. Der hat anfang' mit Stinken und weiß ich was noch gesagt. Was erlaubst du dir, Karl Eichen? Hat er gesagt, alle Menschen fürchten sich vor mir. Warum fürchtest du dich nicht vor mir? Oh, jetzt krieg' ich ganze Gas, hau, das ist ja gruselig. Ich hab' gesagt, es kann sein, dass alle Menschen vor dir eingestanden haben, aber ich nicht, hab' ich gesagt. Ich bin schließlich seit 30 Jahren mit deiner Schwester verheiratet. Oh Mann!